ach so es geht ja schon los hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge clicker insandly clicker ich weiß es nicht mehr ich habe ein bisschen vorarbeit geleistet das kann man unschwer erkennen da oben an den zähnen weil wir müssen ja noch leveln ich habe nämlich ein bisschen gespielt eben weil es halb gerendert hat und es ist natürlich dieselbe aufnahme session das könnt ihr ja ganz unschwer erkennen das ding ist dass das spiel echt lustig ist und dass es tatsächlich erst mal fürs erste spaß macht aber wie lange ist der spiel spaß wirklich das wird man halt noch sehen hier gibt es auch noch kleine extras die sind mir jetzt so aufgefallen in der zeit wo ich gespielt habe ungefähr knapp eine halbe stunde habe ich gespielt um halt so ein bisschen was zu sehen zu erkunden um vielleicht noch ein bisschen was zu entdecken wie auch immer und zwar kommt hier ab und zu nicht nur diese trugel mit den zähnen drin sondern auch eine kleine fliege die von rechts kommt und dann langsam in die mitte zuschlendert und die kann man glaube ich töten und dann kommt kriegt man da so einen kleinen boost tatsächlich entweder hier kritischen schaden oder wie auch immer und wo wir gerade über kritischen schaden reden und überhaupt all diesen schaden wir haben ja so viele naja szene wo wir jetzt wirklich was mit anstellen können was ich euch jetzt mal zeigen werden und zwar können wir leveln wir können jetzt hier leveln und ab level 10 wird hier eine spezielle attacke freigeschaltet jeweils wo wir tatsächlich schneller vorbeikommen weil wir schaffen das level 20 sonst nicht wir sind momentan noch auf level 19 wie man sehen kann und ja was ist das das wollte ich mir auch mal angucken was zur hölle ist das denn select your gender ich nehme sie mal weil sie oberkörper frei und so also sie ist nackt sie hat nüppel man sieht das nur nicht okay ja cool da ist die fliege von der ich geredet habe da machen wir jetzt mal eben die fliege das spiel ist echt interessant ja die fliege da ist sie und ich glaube die muss erst zur mitte fliegen damit das passiert dann machen wir das erstmal bevor wir hier leveln und wir können eigentlich stabil komm wir level jetzt erst Devs wir machen den auf level 10 damit wir die attacke freigeschaltet haben da haha und ab level 25 gibt es noch eine neue attacke okay von mir aus ich habe übrigens neue pets gekriegt hier flair finde ich ganz interessant sie ganz witzig aus so eine spinnartige form anscheinend kann man machen wir leveln mal eben weiter erst diese kleinen süßen dinge oh jetzt schon auf level das wollte ich doch gar nicht so jetzt kommt hier gleich hier diese fliege zum einsatz was ich erzählt habe broken yaar oh heilewitzka oh heilewitzka hier geht das ja richtig aber jetzt auf einmal wie viel schaden machen wir 21 oh wartet mal da gehen wir mal auf ein level höher boss witch oh gott wir schaffen das gar nicht oder das sieht zu knapp aus das sieht richtig knapp aus es ist auf jeden fall eine hexe und die gilt es zu besiegen wir sind genau am strich wir sind genau am strich es kann sein dass wir es nicht schaffen und warum kriege ich keine zähne mehr es war keine zähne mehr angezeigt oder kriegst so wenige ich weiß es nicht minus 21 kommt schaffe ich schaffe ich schaffe ich ich weiß nicht ich weiß nicht wo ich bin ich sehe das einfach nicht schaffe ich es oder schaffe ich es nicht was meint ihr ich habe es nicht geschafft ok schön dass wir darüber geredet haben ich habe es einfach nicht geschafft auf level 25 kein thema ich level mal ebenso hoch unlock skill flurry for blows oh was ist das denn automatik klick ach der macht das automatisch das geht ja jetzt richtig ab hier wie geil ist das denn kommen die cobra machen wir auch mal auf 25 oh die cobra macht jetzt richtig damage archiv mit anlage klick zwölf times per second kriegt man eigentlich gar nicht auf 14 times ok jetzt geht es richtig ab anscheinend leck mich was ist das denn level 50 komm lass die fledermaus auf 50 bringen scheißegal jungs und mädels wir bringen das ding jetzt auf 50 jetzt macht das ding richtig schaden angeblich 205 oh junge das ist aber ein unterschied von gerade mit 21 schaden was ist das denn nochmal 100 prozent ja dann ist doch die cobra jetzt auch hier auf level up min jetzt 100 100 times man muss das ja fachsprachlich mal hier ausgesprochen haben 150 oh 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 wahnsinn ich muss ganz ehrlich sagen dieses spiel ist echt lustig vor allem ist da tatsächlich eine ganz kleine suchtgefahr weil es halt immer weiter geht und immer weiter geht und es einfach gar nicht endet komm dann bringen wir das ding jetzt auch auf level 50 wenn wir schon dabei sind wo bleibt der spaß daran das scorpion wie lustig jetzt geht es hier richtig ab übrigens moment 100 prozent mehr schaden ja immer ran hier oh titan strange strange titan lebensenergie haltbarkeit keine ahnung irgendwie so die haben anscheinend ganz viele special attack also nicht nur dass sie da tatsächlich wo ich war jetzt glaube ich kritische schaden kritische schaden mache er war irgendwie so meinte was aber dass ich sie mal jetzt kommen immer mal hier die palme hier auf 50 oder koffer der koffer der koffer mit zehn oh ja das gibt noch mal ein paar extra zehntchen mehr das ist total wahnsinnig dieses spiel ich bin ja auch leicht wahnsinnig von daher passt das falls ihr euch fragen ich habe das gerade gesehen wo ich halt gerendert habe und mir die videos angeguckt habe oder die anderen folgen eher gesagt ich sehe ein bisschen fertig aus das liegt daran weil ich eine operation hinter mir habe da kann ich ruhig fertig aussehen bin ich der meinung poli ist auf 50 genau warte mal 100 prozent 100 auch 100 wir haben immer noch 205 jetzt geht es aber richtig ab hier ok komm wir kaufen uns den mal eben dann geht das auch alles noch viel schneller als das so schon geht mal gucken was gibt die uns denn hier haben wir denn noch so viel ja wir haben ausreichend kaufe zehn minion skills ja kein problem ich mache es doch ganz gerne für steam ich glaube die steam errungenschaften die werden gar nicht eingeblendet jetzt hier in der aufnahme das ist dann halt aber macht ja nix muss man ja jetzt auch nicht sehen ist ja auch nicht so interessant unbedingt so jetzt noch zwei level was gibt es dafür 100 100 100 100 dps also level 75 scheint ganz interessant zu sein für mich ich glaube ich gehe mal jetzt auf level 75 mit alle oha das kostet einen heilen geld hier ich sehe das schon kommen so jetzt machen wir noch mehr schaden wie jetzt die lebensenergie schwindet von denen aber oh ich bin jetzt auf 76 gegangen ab 100 gibt es auch nochmal 0,5 prozent dazu ok cool also es lohnt sich tatsächlich alle zu leveln auf um gemeinsam einander zu bringen oh 200k anlass skill das hier oder aha die zähne ausschlagen oder was das sind aber eine menge zähne jetzt hier wo kommen die ganzen zähne her was ist da los was ist da los die ganzen zähne die ganzen zähne wie geil ach das ist dieser skill bomb den ich da links habe also rechts neben den minions wie geil ist das denn jetzt werden da halt noch mehr zähne ausgeschlagen das ist ja nicht so als wenn da schon milliarden rauskommen ne milliarden sind es leider nicht aber sollte mal so sein ich frag mich meine spieler meine spieler charakterinnen ob die weiterhin so nackt bleibt obwohl nackt ist sie ja nicht sie hat ja nur unterhose an aber von daher geht das eigentlich auch oh jetzt kommen da aber zähne zum vorschein komm wir machen mal den nächsten hier auf level 75 oh jetzt schwindet das aber langsam hier jetzt bin ich arm das hat nicht mehr ausgereicht jetzt ist es einfach vorbei aber es macht gar nichts weil wir können naja wir gehen jetzt auf level 20 boss oh aha oh die wird jetzt verprügelt gibt es dafür ordentlich zähne naja 10.000 immerhin ne ist auch nicht schlecht 10.000 wir haben level 21 dann haben wir jetzt auch eine neue ebene wieder freigeschaltet ach ja level gibt es übrigens falls euch das interessiert wir sind ja jetzt auf level 21 und level gibt es insgesamt 2800 ich habe mal nachgeschaut also ist eine hausnummer oh wir sind jetzt auf 75 wie da gibt es nix hallo wieso gibt es denn da nix auf level 75 ach so oder auch nicht ich habe keine ahnung warum das jetzt nicht aktiviert wird wieso wird das nicht aktiviert ach brei weil ich 800.000 brauche um das zu aktivieren aaaaaaah das kostet jetzt auch nochmal geld ok dann gehen wir mal einen level höher wo sind wir denn jetzt abaddonnetempel ok ein tempel oh da sind noch welche am beten schön ne schöne kirche und wir haben das nächste level schon freigeschaltet ähm lassen wir mich erst die 800.000 machen damit wir das freischalten diesen skill da ok seid ihr damit einverstanden wir sind dann es geht jetzt ratze butz geht das jetzt hier nur durch das leveln aber das ist aber auch wirklich hammer dann bringen wir die vielleicht auf level 100 schon nein bringen wir noch nicht oder kaufen so ein paar tierchen am besten ach können wir gar nicht weil der nächste kostet ja 2500 oh ne neue errungenschaft auf steam töte 50 bosse das war noch wenig gerade steam ist ja so ein bisschen mit den errungenschaften verspätet da darf man sich ja halt nicht wundern also wir können übrigens jetzt endlich mal kaufen diesen skill cool wahnsinn dann gehen wir einfach mal auf level 22 die fliege habe ich seit langem schon nicht mehr wieder gesehen da war sie wieder und wir sind schon level 23 ja dann gehen wir doch auf level 23 wenn die darauf bock haben boah jetzt geht das hier echt schnell aber im boss vorhin haben wir echt viel mehr zähne gekriegt aber ich glaube das passt schon ich weiß nicht gehen wir jetzt echt noch gehen wir jetzt auf level 100 einfach sind wir schon nächstes level mittlerweile ich meine warum nicht lassen wir uns hier mal auf level 100 gehen boah 100 was gibt es da ah der schaden beläuft sich auf 100 nochmal 100 ach wir sind ja mittlerweile bei 2500 äh 2500 2000 schaden war es nicht vorhin noch 200 irgendwas ich weiß das schon gar nicht mehr ich renne ja so durch die level mittlerweile boah das ist aber hammer ja dann lass uns die kobra auch auf 100 machen du wenn wir einmal dabei sind warum nicht oh cool dps hat sich erhöht die dps natürlich der maus sozusagen dass man noch schneller klicken kann aber wir kriegen keine errungenschaft weil 0,5% das ist eigentlich ein feuchter furz feuchter furz ach ja wir sind ja nächstes level sollten wir mal vielleicht annehmen ist das boss es ist boss und das kriegen wir gerade so hin ach du heiliger was ist das für ein lustiger boss sieht lustig aus auf jeden fall komm schon guck mal wie einfach das ist das ist doch kein gegner für mich jetzt gibt es natürlich auch keine zähne ne darum muss man am besten gleich nächstes level gehen oh was das ist aber das mindeste was man kriegen müsste an zähne oh ne kiste finish level 25 wie gesagt 2800 das ist ganz schön krank ähm ja wartet mal ich level einfach mal jetzt wo wir so die zeit haben fürs level ich bringe dem einfach mal oh shit oh zähne äh fuck fuck komm töte den mal ein bisschen schneller was gibt es denn eigentlich danach oh 0,5 da haben wir 1% mittlerweile dps oh es geht aber ganz schön schnell wenn ich das mache gib mir die zähne warte mal da war das ne ah da müssen wir den dann noch kaufen 200.000 ey okay jetzt haben wir mittlerweile roof sanctum wie stumpf oder also ich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll wir brauchen 200.000 haben wir? ne haben wir noch gar nicht hä? ach 2000k ach du heiliger bim bam das ist ne Hausnummer oh ich seh gerade bei der cobra da gibt es gar kein weiteres level mehr sind wir mit der cobra schon fertig? oder ist das einfach nur ein Anzeigefehler? weiß man nicht nächstes level haben wir auch schon freigeschaltet da gehen wir doch gleich mal rein wir mögen doch nächstes level gibt es schließlich per zähne das darf man nicht vergessen und gerade wo wir jetzt so viele brauchen boah das geht jetzt ratzebutz hier wir hatten jetzt aber auch einen ganz schönen Sprung gemacht weil ich so ne Vorarbeit geleistet habe eben oh es dauert aber schon länger man merkt das also wir wir können nicht alle auf 100 bringen jetzt wär natürlich lustig aber es geht einfach nicht wir müssen uns erst da wieder so ne Haustier kaufen diesen Zebrows oh wir haben es erreicht oh jetzt kann ich nur schneller klicken angeblich also 0,5% mehr ja macht sich schon bemerkbar das auf jeden Fall denn lass auch jetzt mal die Sonnenblume hier level aber so viel habe ich nicht da brauche ich sehr viel ja das wird schwieriger das wird einfach schwieriger nächstes level anlagt aber das macht glaube ich keinen Sinn ehrlich gesagt weiß ich nicht boah wie viel mehr klicken muss okay jetzt wird es wirklich schwierig es gibt ein bisschen was ich bin gerade mal an level 80 mit der was was warte mal ach guck mal dahinter gibt es gar nichts mehr ist sie dann auch fertig wir machen mittlerweile 5200 Schaden sehe ich gerade okay cool ist eine Hausnummer verdammt jetzt kriege ich wirklich langsam tauben Finger auch ja das ist ein ganz schönes level ich glaube ich ich kaufe mir erst wirklich den anderen da noch damit er schneller geht hier hier diesen Cerberus und vielleicht ne das schaffen wir aber nicht 15.000 das ist zu viel 2500 ist schon viel aber 15 das ist ja eine ganz andere Hausnummer eigentlich glaube ich wenn wir die auf 100 bringen das ist schon ganz gut so boah 125er level ey da kriegst du ja ein Kind bei 36.000 plus ey nächstes level haben wir auch freigeschaltet komm geh mal rein geh mal rein hier Katkopf oh Koffer toll ah was heißt oh das hat er aber richtig gebracht oh ich dachte das war jetzt achso das waren ja 1000 waren das ja stimmt ja das sind ja diese Bezeichnungen dafür das geht ja dann K kommt dann und glaubt dann kommt Q aber das konnten wir uns ja hier ansehen hier in dieser Liste kann man sehen was da kommt K M B T Q ja und so weiter und so fort das sind die ganzen sozusagen Bezeichnungen dafür also heißt tausend dann äh million billion und so weiter und so fort na also es ist selbsterklärend gib mir deine zwei Zähne komm schon Baby so äh was hab ich gesagt Haustier kaufen ne aber warte mal vielleicht können wir das doch oder ne bringt nichts das ist ganz langsam geht dieses Ding da runter schon lustig ne Level 1 wo bringen die denn auch Schaden 100 oh DPS bei 20% bei welchem Level denn hä bei welchem Level denn 200k ok keine Ahnung 200k 5800 Schaden machen wir oh ha der Clown der hat es aber dicke gehabt ne das war nicht der Clown das war oh Koffer am Koffer ja den Koffer habe ich gar nicht gesehen das war peinlich boah 8000 vielleicht können wir doch diesen Flair freischalten und dann kommt das nächste Pad da bin ich ja mal gespannt was das nächste ist komm lass uns diesen Flair freischalten egal oder ich weiß es nicht oder ob ich erst doch vielleicht Level Fragen über Fragen oh ich hab ja ganz vergessen dass ich die aktivieren kann oh das war mein Fehler oh jetzt wird es aber blutrot hier da kommt auch nämlich der Boss jetzt nein ich schaff's nicht ich schaff's nicht verdammt ok dann ohne Boss egal gib mir deine Zähne mein Freund oh ich hab ganz vergessen dass ich die Booster anschalten kann seht ihr das ist das wenn man nicht drauf achtet eieieieiei und da gibt es ja noch viel mehr Booster oh jetzt ist der Booster verschwunden schade wie viel sind wir 10.000 lass uns die Level lass uns die diesen Kram hier Level du umso eher haben wir es hinter uns ne da gibt es echt nichts für das war's das Ding ist fertig dann brauchen wir die auch nicht Level eigentlich weil 6,1 Schaden jetzt hier ist jetzt nicht so die Welt mittlerweile oh ich hab nur noch 2.000 das hat mir richtig was gekostet dann lass uns hier die Tante hier machen die kostet ja ja gut kostet auch ein bisschen das ist ja unfassbar wie gesagt ja das kostet mir auch ein Heidengeld was schaltet die denn frei 25 wisst ihr was das heißt ich kann 25% schneller klicken ok das ist crazy ist das also wenn ich 25% schneller klicken kann bei 1% hat sich das ja schon merkbar gemacht aber bei 25 diese Musik passt auch dazu ja komm lass uns das hier mal machen ich hab nie so viel ach man verdammt ich komm da noch hin ich komm da noch hin lass mich nur ein paar Koffer finden oder wo ist eigentlich die Fliege die kam auch schon lange nicht mehr wo ist sie eigentlich ah jetzt ist hier so ein Cooldown mit den Boostern schade eigentlich boah hier kann man sich echt ja boah wie teuer das ist die zu leveln verdammt nochmal egal so ein Koffer wäre jetzt schon gut wenn es ihn mal wieder geben könnte was hat uns die nochmal gebracht hier ach 20% gibt uns das auch nochmal dieser Cyberwurm was bringt uns das ah ja ok 100% mehr Schaden das ist ja eigentlich jetzt was bringt er auch 100% Schaden ok wir sind mittlerweile level 29 das ist ja schon eine gute Hausnummer was wir jetzt erreicht haben machen mittlerweile 6,7 Schaden was ja auch schon mal nicht schlecht ist aber es reicht mir noch nicht 6,8 und ich komme auch nicht mehr weiter also ich mache ich weiß auch nicht wenn ich das natürlich habe dass jetzt gleich minus 25% DPS ist das ist ja heftig ich muss so viel leveln und dann kostet das bestimmt auch noch was was kostet das denn 3200 denn noch so ist der Koffer wenn man den braucht das werden wir jetzt noch erleben nein ich ich das kostet einfach zu viel das kostet einfach zu viel ich bin hier zu lange dran das will ich euch ja auch nicht antun allerdings frage ich mich sowieso wer das guckt oh ich habe mal eben 10.000 gekriegt ja darum sage ich ja die Koffer die sind schon nicht schlecht nee 10.000 habe ich jetzt nicht gekriegt habe ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet eigentlich oh sieht ganz interessant aus ich kann mir das kaufen erhöht 8200 haben wir jetzt da ist ein Köfferchen fast 5000 haben wir da kriegt nur nur oh ich kann ja wieder leveln ja lasst uns leveln yeah level up 500 times 500 times 500 times Entschuldigung obwohl ist denn jetzt eigentlich da äh Großbritannien ja unbedingt austreten möchte aus der EU müssen wir jetzt noch englisch reden eigentlich ha 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 geil oder ein Koffer ja der spawnt überall der Koffer aber die Fliege die sehe ich nicht der Koffer bringt auch nichts mehr habe ich das Gefühl ach doch ich habe die Zähne nur nicht aufgesammelt ok mein Fehler da ist sie da ist sie wenn man vom Teufel spricht ja dann lasst uns die Tante da noch auf 100 bringen was kommt denn eigentlich danach ach wieder 0,5% das ist ja nichts ist das ja ein Hauf von nichts naja dann lassen wir die Fliege da ankommen oh toll ich kann einmal leveln Wahnsinn mal gucken was für ein Booster die diesmal mitbringt hoffentlich in den Guten damit das hier mal ein bisschen schneller geht vonstatten diese Musik machen wir hier ein Level ab weil ich kann es kaum erwarten also hier zu einem Koffer ne das wäre schon cool diese Musik die passt ja auch richtig dazu die Fliege kommt immer näher oder die Maden Madenfliege oh ich habe ja schon wieder ein paar Tausender Wahnsinn wofür haben wir denn ok kann man mit arbeiten gleich ist sie da gleich ist sie da aber ich kann schon nicht mehr klicken ich das ist ne ich kann sie noch nicht doch jetzt wow das gibt nochmal ordentlich Zunder hier das ist ein guter Booster damit kann ich arbeiten damit kann ich vor allem sehr gut leveln oh wenn wir erst mal den Wurm leveln ach du Heiliger das ist ja jetzt schon so hoch die Kosten alter Später noch ist der Booster aktiv noch ist der Booster aktiv ich glaube immer noch oder ich weiß es gar nicht ist er noch aktiv ne ist er nicht mehr egal aber dafür können wir jetzt zu Ende leveln Moment nein da fehlen zwei Level das gibt es doch gar nicht diese Kosten 8,6 Schaden 8,6 Tausend Schaden einfach nur wo ist ein Koffer wo ist ein Koffer vielleicht spawnt ja auch die ganze Zeit ein Koffer aber ich sehe den nur nicht weil der außerhalb meines Bereiches liegt nein keine Ahnung oh 3000 3000 für ein Level höher gehen das ist schon arg aber wenn gleich meine Booster wieder aktiv sind dann dann soll das wohl werden aber Hardcore ist es allemale dieses Level und vor allem kann ich ja dann noch nicht mal die Fertigkeit freischalten wo wirst du hin du Zahn ich klicke wie so ein Beklopter hier diese Musik ist so bedrohlich ist immer noch kein Koffer wo ist der Koffer wo ist er kommt ich glaube ich will einmal ich kriege jetzt wirklich langsam meine Hand geht langsam zu Neige ja man kann halt nicht alles haben aber wir kommen jetzt nicht weiter wir hatten jetzt einen kleinen Boost gehabt ganz am Anfang der Folge dass wir da echt so durchziehen konnten und guck mal da gleich gibt es den Booster meine lieben Leute da gibt es gleich den Booster den wir auch tatsächlich brauchen also so oder so brauchen Ghoul das ist Ghoul seht euch den Ghoul an was ist das denn John Jane aha ich hätte ja gar keine Schuhe an und das ist Bobby Bullos Bullos ist das so wie viel Baum oh da ist die Fliege wieder oh ich kriege einen Krampf in meinen Finger ich kriege gerade echt einen Krampf in meinen Finger nein ich kann mir das nicht leisten 32.000 Junge da komme ich doch im Lebtag nicht hin ja ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge da geht es ja weiter und tatsächlich es kommt noch eine Folge raus wieso nicht also du solange es Zuschauer dafür gibt wieso nicht da interessiert sich ja einer dafür und wir leveln dann weiter mit den anderen dann also 32.000 werde ich glaube ich nicht schaffen unbedingt und was ist das 0,5 gibt es dafür ist jetzt auch nicht so weltbewegend ja ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dahin ciao ciao